Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir einige Fragen zum Thema Rechts vor Links, die du in deiner theoretischen Führerscheinprüfung gestellt bekommen könntest. Welches Verhalten ist richtig? Also, Rechts vor Links steht ja schon im Satz drinnen. Immer derjenige, der von rechts kommt, hat Vorfahrt. In dem Beispiel steht rechts neben uns ein Motorrad, welches Vorfahrt hat vor uns. Jetzt musst du dich aber auch in die Situation des Motorradfahrers begeben. Rechts vom Motorradfahrer aus gesehen kommt ja der Radfahrer. Und rechts vom Radfahrer aus gesehen kommt nichts. Das heißt, der Radfahrer darf als erstes fahren, denn er hat Vorfahrt vor dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer darf vor uns fahren, denn er steht rechts von uns und wir fahren in dem Fall als letztes. Ich weiß, hier gibt es das Problem mit diesem Linksabbiegen, weil du denkst, ja gut, als Linksabbieger muss ich ja den Gegenverkehr durchfahren lassen und so. Also, wir fahren nicht nach dem Radfahrer, denn rechts von uns, immer der, der von rechts kommt, hat Vorfahrt. Das hat jetzt hier nichts mit Vorrang zu tun. Also, wir kreuzen an. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. Das stimmt natürlich nicht. So, rechts vor links. Wo gilt die Regel rechts vor links? Die Regel rechts vor links gilt überall da, wo keine Verkehrszeichen den Verkehr regeln, keine Ampeln aufgestellt ist, wo kein Beamter auf der Straße steht, der den Verkehr regelt, also kein Polizist. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? Da gibt es auch ein paar Ausnahmen, zu denen kommen wir gleich. Aber grundsätzlich... An Einmündungen mit abgesenktem Bordstein. Wo Feld- oder Waldwege in eine andere Straße münden? An Straßenkreuzungen und Einmündungen. Ja, also, da sind ein paar Antworten, die sind sehr verwirrend an Kreuzungen. Ja, also überall da, wo eine Straße in die andere einmündet oder sich kreuzt, da gilt natürlich die Regel rechts vor links. Jetzt haben wir schon in dieser Frage, beziehungsweise in der Antwort, die Ausnahmen drinnen. Also, wo gilt die Regel rechts vor links nicht? Das ist zum Beispiel, wenn du aus einem Feldweg rauskommst, ja, aus einem Waldstück zum Beispiel oder sowas, da gilt rechts vor links dann nicht. Oder an Einmündungen mit abgesenktem Bordstein. Jetzt hätte ich es fast schon wieder angekreuzt. Also, wenn du über einen abgesenkten Bordstein hinwegfährst, dann gilt diese Regel rechts vor links auch nicht. Also, dann hat der, der von rechts kommt, trotzdem keine Vorfahrt, weil er, wie gesagt, aus dieser, über diesen abgesenkten Bordstein kommt. So, ähm, genau, dann. An welchen Stellen ohne Vorfahrtregeln der Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links? An Grundstücksausfahrten, am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches, an Straßenkreuzungen und Einmündungen. Wie gesagt, an Straßenkreuzungen und Einmündungen gilt rechts vor links. Hier steht aber auch wieder, wo es zum Beispiel nicht gilt. Also, am Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs. Wenn du nicht weißt, was damit gemeint ist, ich verlinke dir rechts oben im Video den Stream von gestern. Da fahren wir in den ersten zwei, drei Minuten, fahre ich genau mit dir an so eine Stelle. Und, äh, da hast du eine Kreuzung, Ende des verkehrsberuhigten Bereichs und danach gilt rechts vor links nicht. Und in dem Video kommt sogar einer von links, dem wir dann auch die Vorfahrt geben müssen. Sehr sehenswert. Ähm, ja, und natürlich, wenn du aus einem Grundstück rausfährst, dann gilt die Regel rechts vor links auch nicht. Manchmal auch mit abgesenkten Bordsteinen, aber in dem Fall steht einfach nur aus einem Grundstück. Und das ist auch eine Ausnahme. Ich habe mir hier noch die weiteren Ausnahmen notiert. Zum Beispiel, hier haben wir die Sache mit dem Feldweg. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? So, also wir kommen in dem Fall aus dem Feldweg raus. Dementsprechend müssen wir warten, obwohl wir rechts von dem blauen Fahrzeug kommen. Das ist, wie gesagt, eine Ausnahme. Hier gilt rechts vor links nicht. Und das Ganze haben wir auch nochmal aus der Sicht von einem anderen Fahrzeug. Hier kommt von rechts zwar ein Fahrzeug aus dem Wald raus oder aus dem Feldweg, aber rechts vor links gilt hier, wie gesagt, auch nicht. Also, wer darf in der Situation zuerst fahren? Wir selber. Der Traktor ist uns natürlich egal, denn der Traktor ist links abbieger und als links abbieger muss er uns natürlich durchfahren lassen. So, dann gehen wir die Fragen hier nochmal alle durch. Welches Verhalten ist richtig? Im Prinzip so ähnlich wie das erste Bild, was wir heute hatten. Der blaue hat Vorfahrt vor uns, denn er kommt von rechts. Rechts von dem blauen Fahrzeug ist der Radfahrer, also darf der Radfahrer als erstes fahren. Danach fährt der blaue und zum Schluss fahren wir. Der blaue muss mich abbiegen lassen. Nein, ich muss den blauen durch... Ja, ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Ja. Immer wenn du rechts eine neben dir hast, darf er vor dir fahren. Wie verhalten sie sich richtig? Ja, im Prinzip ähnlich. Rechts vor uns ist der gelbe. Der gelbe hat Vorfahrt vor uns. Und rechts von dem gelben ist der blaue LKW, deswegen darf der blaue LKW zuerst fahren. Dann der gelbe und zum Schluss hier. So, ich fahre vor dem Nein. Ich fahre nach dem gelben Ja. Ich fahre nach dem blauen Ja. Diese Aufgaben geben übrigens immer fünf Fehlerpunkte. Also alles, was mit Vorfahrt zu tun hat, die geben dir immer fünf Fehlerpunkte. Und bedenke, bei zwei Aufgaben mit jeweils fünf Fehlerpunkten, wenn du die falsch hast in der Prüfung, dann gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Worauf müssen sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel rechts vor links. Okay, auch wieder ein bisschen komisch zu verstehen. Also, jetzt wurde ich schon des Öfteren gefragt, was der Unterschied ist zwischen innerorts und außerorts. Also innerorts ist halt in einer Ortschaft, zum Beispiel in Berlin, in München, in Hamburg. Das ist die Ortschaft. Und außerhalb ist halt, wie gesagt, ja, auf der Landstraße zum Beispiel. So, und innerorts würde ja die Regel rechts vor links nicht ausnahmslos an jeder Kreuzung gelten. Ja, es gibt ja, wie gesagt, noch Verkehrszeichen und Ampeln und den Polizeibeamten. Deswegen ist die letzte Antwortmöglichkeit kann gar nicht richtig sein. Ja, ausnahmslos rechts vor links. Das stimmt nicht. So, fangen wir mal von oben an. Die breite Straße ist immer bevorrechtigt. Das ist auch Quatsch. Das würde bedeuten, die Straße, die am breitesten, am größten ist, die hat immer Vorfahrt. Quatsch. Ja, deswegen kann es nur die mittlere Antwort sein, dass kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. Ja, also es kann sein, dass eine Straße kleiner ist, aber trotzdem Vorfahrt hat, weil sie zum Beispiel von rechts kommt. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Gut, wir haben keine Verkehrszeichen. Vorfahrt ist klar, der, der von rechts kommt. Also in dem Fall, der Radfahrer hat natürlich Vorfahrt vor uns. Müssen wir hier anhalten? Nein. Du kannst die Geschwindigkeit auch frühzeitig so anpassen, dass der Radfahrer sieht. Ah, okay. Der hat mich gesehen. Der weiß, dass ich Vorfahrt habe. Und dann wird sich die Situation meist ganz von alleine regeln, ohne dass einer von beiden irgendwie anhalten muss. So, wie verhalten wir uns? Ich warne den Radfahrer durch Hupen. Ich warte, bis der Radfahrer abgebogen ist. Ich fahre vor dem Radfahrer. Also, wir warten, bis der Radfahrer abgebogen ist. Wie gesagt, wenn du es gut machst, dann musst du dazu nicht einmal stehen bleiben. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir haben wieder ein Fahrzeug von rechts. Der grüne. Dementsprechend hat der grüne Vorfahrt vor uns. Auch hier nicht missverstehen, ja. Wir biegen zwar links ab, aber wir sind rechts vor diesem roten Fahrzeug. Und deswegen haben wir Vorfahrt vor dem roten Fahrzeug. Auch wenn wir links abbiegen. Das hat nichts damit zu tun. Ja, also wie gesagt, immer der, der von rechts kommt, darf zuerst fahren. Also, ich muss den roten Pkw vorbeifahren lassen. Das stimmt nicht. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab. Das stimmt auch nicht. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren. Das ist die richtige Antwortmöglichkeit. Was ist in dieser Situation richtig? Dieses Verkehrszeichen ist ein Gefahrenzeichen und warnt dich in dem Fall vor einer Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Also einer, ich sag mal, gefährlichen Rechts-vor-Links-Kreuzung. An der nächsten Kreuzung endet ein verkehrsberuhigter Bereich. An der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. An der nächsten Kreuzung habe ich Vorfahrt. Ja, also hier gilt rechts vor links. Ähm, die Einzelvorfahrt, das Verkehrszeichen würde anders aussehen. Da hättest du auf diesem Gefahrenzeichen so eine kleine Rakete mit Pfeilen nach oben. Und das würde dir die Einzelvorfahrt geben. Findest du übrigens auch in dem Stream, den ich dir oben verlinkt habe in der Infokarte. Sie kommen an eine Kreuzung, an der sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten sie sich? Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen. Nach der Regel rechts vor links fahren. Als Geradeausfahrer immer durchfahren. Ja gut, also wenn du jetzt nicht ganz verstanden hast, wer Vorfahrt hat, ob du... Es kann ja sein, dass du zum Beispiel eine Vorfahrt gewähren hast, hast es nicht wirklich wahrgenommen. Da könnte man zum Beispiel in den Rückspiegel gucken, ob man da irgendwelche Verkehrszeichen sieht. Aber grundsätzlich erstmal die Situation beobachten und nicht einfach blind drauf losfahren. Oder hier auf rechts vor links beharren oder sowas. Ja, kann ja sein, dass es eine Kreuzung ist, wo gar nicht rechts vor links gilt. Welches Verhalten ist richtig? Ja, rechts von uns kommt keiner in dem Fall. Wir sehen zumindest niemand. Das heißt, wir haben Vorfahrt. Die anderen sind uns erstmal vollkommen egal. Ich muss den roten LKW abbiegen lassen. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Wir dürfen als erstes. Richtig. Womit müssen Sie rechnen? Okay, man sieht nicht viel, ähnlich wie auf dem Bild davor. Man sieht nur, dass da ein riesengroßer Bus steht. Jetzt kann es sein, dass der da zum Beispiel parkt oder hält. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass die Straße etwas kleiner, etwas schmäler ist, wenn da schon der große Bus steht. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel ein Fahrrad rauskommt oder irgendein anderes flaches Fahrzeug, dann sehen wir den unter Umständen erst recht spät. Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren. Oder so. Mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt, das ich vor der Kreuzung halten muss. Wir müssen auch damit rechnen, dass wir vor der Kreuzung halten müssen. Es kann ja sein, wie gesagt, dass von rechts Fahrzeuge rauskommen, die dann Vorfahrt haben. Also das sehen wir von hier nicht. Deswegen kreuzen wir das auch an. Welches Verhalten ist richtig? Rechts vor links. Von rechts kommt der Radfahrer. Der Radfahrer darf also zuerst fahren. Danach kommen wir. Und der Motorradfahrer fährt als letztes. Hat aber wieder nichts mit dem Linksabbiegen zu tun, sondern einfach nur, dass wir rechts von dem Motorradfahrer stehen. So, ich darf vor dem Motorradfahrer fahren. Das ist richtig. Ich muss den Radfahrer, die Radfahrerin durchfahren lassen. Das ist auch richtig. Die Radfahrerin muss mich. Das stimmt nicht. Welches Verhalten ist richtig? Motorradfahrer von rechts. Motorradfahrer hat Vorfahrt. Ich muss warten. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten sie sich in dieser Situation verhalten? Also wenn du sowas in der Prüfung hinbekommst, das wäre genial. Denn du weißt, der Grüne hat Vorfahrt vor dir. Der Blaue hat Vorfahrt vor dem Grünen. Der Rote hat Vorfahrt vor dem Blauen. Und du hast Vorfahrt vor dem Roten. Und jetzt steckst du in einer Dilemmasituation. Beziehungsweise jetzt hast du die Möglichkeit, die Chance, dem Prüfer zu zeigen, dass du es richtig drauf hast. Und die Situation für dich entscheiden kannst, indem du auf deine Vorfahrt verzichtest. Im Linken, also dem Roten, durchwinkst. Damit verzichtest du auf deine Vorfahrt. Löst die Situation auf. Und der Prüfer denkt sich, du bist eine geile Socke. Ja, also das wäre natürlich super geil. Denn dann merkt der Prüfer, dass du die Lage im Griff hast. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten sie sich in dieser Situation verhalten? Ich fahre als Erster bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an. Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt. Ja, das machen wir. Ich überquere als Erster die Kreuzung. Nein, also wie gesagt, wenn du sowas hast, dann verzichtest du auf deine Vorfahrt und löst damit das Problem auf. Warum müssen sie hier besonders vorsichtig sein? Okay, also wir haben Laub auf der Straße. Eine Straße von rechts. Das heißt, der Bremsweg könnte unter Umständen etwas länger werden. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht. Ja. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte. Ja. Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat. Nein, also wir sind ja rechts vor diesem roten Fahrzeug. Dementsprechend haben wir Vorfahrt. Welches Verhalten ist richtig? Auch wieder hier. Ein Fahrzeug von rechts. Das rote Fahrzeug hat Vorfahrt vor uns. Und wir haben Vorfahrt vor dem blauen Fahrzeug. Da wir rechts vor dem blauen Fahrzeug stehen. Beziehungsweise kommen. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw. Ja. Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren. Ja. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. Nein. Das waren alle Fragen zum Thema rechts vor links. Wenn es dir geholfen hat, lass doch dem Video einen Daumen nach oben da. Falls du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, schreib es unter dem Video in die Kommentare. Solltest du noch mehr Probleme mit dem Thema Vorfahrt vorrang. Vorrang hat übrigens Vorrang vor Vorfahrt. Das ist dann, wenn sich zwei Fahrzeuge kreuzen. Also zum Beispiel beim Linksabbiegen zum Beispiel. Oder Kreisverkehr, abknickende Vorfahrtstraße. All das findest du im Videokurs unter dem Video in der Videobeschreibung. Da kannst du dir das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Da wird das alles wunderbar erklärt. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, lass doch ein Abo da. Dann bekommst du immer gleich Bescheid, sobald ich ein neues Video hochlade. Gut. Dann würde ich es vorschlagen. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.